er war es nicht besser wenn man zu zweit hier wenigstens die dinge machen und du noch ein paar abgibt dass ich auch mal hier nachfüllen kann von den wenn du hier oben bleibt klar ja klar ich würde er versuchen hier zu bleiben ich glaube das ist die einzige situation die hier halbwegs sicher was ist sicher nein bitte nicht jetzt auch noch nie auch gott sagen nicht hochgegangen halleluja jetzt wird lustig ich stelle die ich schmeiße die zwei hin ja lass sie rumlaufen und erst schießen wenn sie im inneren ring sind früher würde ich keine munition verschwenden es sei denn es sind halt die militär oder wer auch immer da steht an den torret ja toll Wolltste ja nur die Saft haben, aber lass uns ja selber mitgehen. Auf, Spuck, Gaia. Ja, ich gucke die Balea. Gaia down. Einer. 12 FPS, Alter. Lass die durchlaufen, wir haben hier extra mal öfter im Grinne. 12 FPS. Echt? Ja, gerade eben. Wir sind ja wieder bei 30. Krass. Weitere Zombies aus Südwest. Was hast du denn? Wir sehen nichts, was du hast. Ja, die laufen alle von Südnern. Du hast ne Rüstung. Boom. Warte, ein Raketenwerfer? Ne, Quatsch. Dann fliegen wir doch jetzt in Luft. Ach. Die kommen herauf, Alter. Hast du sie jetzt schon? Ne, die kommen von hinten bestimmt. Die kommen nicht da hin, wo die Spikes sind. Die kommen von der anderen Seite. Südwest kommen welche. Ja, wir haben ja nur den Nordosten haben wir die. Ja, die gehen bestimmt hier hinten rein, wo am wenigsten gesichert ist. Deswegen erhoffe ich mir, dass das hier der sicherste Standort ist hier. Wolle, du bist schon wieder tot. Ja, mit zwei FPS kann ich nichts machen. Oh shit. Ach du Scheiße, das halbe Haus ist weg. Und? Die kommen hier hoch. Ach Quatsch. Doch, die kommen hier hoch. Die kommen hier hoch. Die haben doch die Gänge weggemacht. Ja. Ja, aber der Spider, der fliegt schon ein paar Block. Ja, gut. Die sind schon drin. Nur zur Info. Ja, die sind drin und das nicht wenig. Die sind an der Ecke, wo am wenigsten gesichert war. Die Grün, das ist auch alles grün. So. Könnt ihr mal bitte zu mir kommen. Die sind hier. Ja, Cap ist ja. Danke. Kulisse unter uns. Kulisse unter uns ist immer schön. Scheiße. Ja, die sind denn der Haustteil, der nicht gesichert ist. Klingt der tot. Oh shit. Ja, alles außer wie. Ich würde mal sagen, am besten gehen wir mal zwei Stück runter. Scheibe. Wow. Ach nee, Geier, echt jetzt? Ist alles easy bei mir. Bei mir ist alles ruhig. Ich finde die Rote ist toll. So, wo sind die Dinger? Boah. Irgendwas ist hier explodiert. Boah, ich kann bei den FPS hier nicht so gut hoch. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Ey, da unten war mein Rucksack. Ja. Da waren noch ein paar hundert, äh, Kabelsdorfen drin. Tut mir leid, aber... So, ich mache hier ein paar Spikeschen. Warte mal, warte mal, warte mal. Das sind nur 500 Jahre. Die hat da nichts aus. Aber leider auch kein Cement, aber ich warte. Da fällt schon das Dach runter. Ich fasse nicht. Ja, die sind hier unten drin, Alter. Scheiße. Da haben wir keine Spikes gesetzt. Ah, klar. Geh mal, geh mal grad in Deckung. Okay. Solange ich nicht hochkomme, ist alles gut. Mhm. Die Brett ist schön. Ich fühle mich fast sicher. Oh, nur fast. Okay, ich will jetzt nicht wissen, was das war. Ja, wenn sie hier hinten durchkommen, hören wir zumindest mal was. Ja. Scheiße. 18 FPS. Hier vorne ist eigentlich noch am sichersten. Ja. Da kommt schon wieder ein Geier, ein Spuckgeier. Ja. Vorsicht, äh, bei Weifern. Hinter, hinter dir, bei Weifern. Alter, ich kann den kaum bewegen. Okay. Die Geier, passt auf. Geier, passt auf. Na ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist doch voll easy Wir können hier übrigens durchs Fenster reingucken und sehen, wie da hinten das halbe Haut schon weg ist Ja, aber es ist ja nur das halbe Alter, die nehmen da unten alles auseinander Erste Spuckgeier, oder? Scheiße Alter 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 Ich wurde fast angespuckt Ich wurde angespuckt Ich wurde angespuckt Ja, ich wurde angespuckt Aber es geht Da hinten ist aber ganz schön Action Da ist schon bunt Da ist das Bull Wo darfst du nehmen? Ähm Wollwolf, die Mauer unter dir ist nicht ganz sicher Wollwolf, komm lieber zurück, die Mauer ist gleich weg Die Mauer ist weg Die Mauer ist weg Die Mauer ist weg So So Meine Schuss sind alle Aber ich hab noch ein Torwert, was ich noch nicht schießen kann Seid ihr bereit? Bei deinem Gegenantriff Gegenantriff Äh Äh Wo kommst du? Ach nein Der genau reingesprungen Oh, jetzt hab ich mir nicht Tja, war ja leichter als Pfadkuchen essen, oder? Wo langweilig Ich glaube, da haben wir uns schon einige Toten gesehen Wir hatten da die ganzen Wieso haben wir jetzt fünf Freiren hier? Sechs, sieben, acht Weil wir es können Weil wahrscheinlich Aldo gehört hat, dass das einfach auch Oh, ich wollte gerade sagen, das war im Aldo zu leicht, ne? Oh mein Ey, mit einem Insekten, das war süß, ja? Ich hab' nicht gesagt, du bist so super Oh oh Jetzt geht's noch mal los hier Ah, ich hab' nicht verstanden atau Oh, ich hab' nicht verstanden Ja, ich bin auf vorne. Ja, ich bin auf vorne.